... nicht bedauern müssen. Alles Gute von Erlenhof. Milcheier, Nudeln, Obst und Gemüse. Und die raffinierte Pilzmischung. Erlenhof gibt's nur bei der Rewe Handelsgruppe. Rewe, damit Sie gut einkaufen. Kann man Pfund auch mitessen? Aber natürlich. Neu von Erasko. Der Jünger-Nudeltopf. Schonend zubereitet mit noch mehr frischem Gemüse. Zu gut, um ihn allein zu genießen. Mach doch auch mal einen Familienspieler-Abend. Und los geht's mit Monopoly! Oder lass die Farben rollen mit Roll-It. Dreh alle Farben in deine eigene. So wirst du gewinnen. Roll-It, das Spiel mit dem gewissen Dreh. Die leckeren Eintöpfe von Erasko. Neu, jetzt auch als eine Portion. Freuen Sie sich auf ein wohlduftendes Zuhause. Mit Brise Mediterran. Immer frisch, Brise frisch. Die Frische, die bleibt. Echt, die bleibt wirklich. Die Frische bleibt. Brise Mediterran hat ausgesuchte Duftöle. Einfach in die Steckdose. 75 Tage lang. Schon kommt duftende Frische ins Haus. 75 Tage lang. Brise Mediterran. Die Frische, die bleibt. Sichern Sie sich jetzt mit Premiere das Fernsehen der Zukunft im Kinoformat. Wir öffnen jeden Tag sieben Kinos. Und Sie entscheiden ganz spontan, welchen Film Sie sehen möchten. Nur bei Premiere erleben Sie Filmhighlights rund um die Uhr. Ohne Werbeunterbrechung. Sichern Sie sich jetzt sieben Kinos für Zuhause. Und rufen Sie gleich an. 080 55 100 00. Premiere. Mit dem neuen DASCH ist die Wäsche so erfrischend. Und das den ganzen Tag. DASCH bringt frischen Wind in Ihrer Wäsche. Wer heute seine finanziellen Möglichkeiten besser ausschöpfen will, braucht einen kompetenten Partner. Mit überzeugenden Lösungen schaffen wir gemeinsam sichtbare Erfolge. Deutsche Bank. Die Zukunft kann kommen. Mann, oh Mann, die schmecken klasse. Sind die neu? Nee, von Hochland. Käse muss wie Hochland schmecken. Wenn du Mathe so gut gehörtest wie Werbesprüche. Hier musst du ins Fernsehen als Kabelträger. Hochland Sandwichscheiben. Cleverer Pack und was für ein Geschmack. Jetzt spitzt sie total. Wo sie recht hat. Hochland Sandwichscheiben. Cleverer Pack und was für ein Geschmack. Schlechte Karten. Die Geschenklose der Aktion Mensch Lotterie im Internet. Zu jedem Anlass mit passender Karte. Persönliche Grüße und Versand gratis. Die schnellste Geschenkidee, seit es Lose gibt. Was? Drehzahlmesser? Ja, nein. Nein. Nein, habe ich nicht gesagt. Doch. Hm. Seid bereit für ein unglaubliches Abenteuer. Voller Magie und Gefahr. Jenseits der Grenzen eurer Vorstellungskraft. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ab 14. November im Kino. Haben wir eigentlich eine Chance? Eigentlich nicht. Manchmal muss es eben Mumm sein. Deutschland freut sich. Feine Milder. Deutschlands beliebtester Mildcafé. Jetzt für einmalige 3,19 Euro. Feine Milder. Der natursanfte Genuss von Schivo. Meister Proper und das ganz normale Leben. Wenn alle ihren Spaß haben, gibt's immer was zu putzen. Damit sie mehr Zeit haben für alles, was Spaß macht, ist der Meister Proper Allzweckreiniger jetzt noch kraftvoller. Meine Kraftformel reinigt verdünnt leichter als viele führende Allzweckreiniger. Echt perfekt. Und sie können weitermachen mit dem ganz normalen Leben. Meister Proper gibt's, damit das Putzen leichter wird. Una trafita. Oh, die neue Mode von OVS ist da. OVS, italienische Mode. Natürlich auch zu Männer. No smint, no kiss. Sie suchen einen Gärtner? Schauen Sie lieber in die gelben Seiten. Gelbe Seiten. Machen das Leben leichter. Oh, ich freu mich schon so sehr. Oh, nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Mit Lufthansa für 98 Euro. ProSieben Newsflash. Urteil im Fall der kleinen Anna, der 19-Jährige, der das sieben Jahre alte Mädchen auf der Toilette einer Münchner Schule vergewaltigt hatte, muss für neuneinhalb Jahre in Jugendhaft. Amoklauf an der Universität in Melbourne. Ein Mann schoss in einem Seminarraum um sich. Zwei Menschen waren sofort tot. Acht weitere wurden verletzt. Und Bruce Springsteen begeistert die Fans in Berlin. Die sind mehr um 5.08 Uhr hier auf ProSieben. Welcome to ProSieben City. Hier gewinnen Sie XXL. ProSieben verlust sieben Kilometer Reisen vom African Safari Club. Eine Home-Cinema-Anlage von Yamaha im XXL-Format. Und weitere Home-Entertainment-Preise. Finden Sie die Lösungsworte in unserer Werbung oder den jeweiligen Sendungen. Und machen Sie mit per Hotline, Post oder Internet. Alle Infos im ProSieben-Text. Und noch mehr XXL-Spaß auf ProSieben.de. Entertainment XXL ProSieben Movie Meine süße kleine Zirruswolke. Tausend Vorstellungen auf einmal. Und dann dieser wild gewordene Hülschensammler in meiner Leitung. Ich muss mein wichtigstes Arbeitsinstrument mit lauter Zirruswolken teilen. Oh nein! Ignoriere Sie, Zirruswolkchen, ignoriere Sie. Leg auf, Zirruswolkchen, leg auf. Ich muss arbeiten, Sie führen Sexgespräche. Max, irgendwann... Kommt da dann schon, Herr Richtiger. Der nicht mehr auf dem Busen starrt. Hallo! Kein Mann für eine Nummer. Donnerstag, 20.15 Uhr. ProSieben. Wo gehen wir jetzt hin? Ich... Heißt ja, stinkt hier. Alles Gute von Erlenhof. Milcheier, Nudeln, Obst und Gemüse. Und die raffinierte Pilzmischung. Erlenhof gibt's nur bei der Rewehandelsgruppe. HL Deutscher Supermarkt. Damit Sie gut einkaufen. Manche Schokoriegel ziehen einen ganz schön runter. Pick-up ist anders. Leckere Schokolade zwischen zwei knackfrischen Keksen. Schmeckt toll, macht nicht voll. Pick-up. Der Riegel von Leibniz. Photoshop. Der Riegel von Meister gibt es jetzt ab günstigen 0,75 Prozent effektiven Jahreszins. Was meinst du, ich bin nicht on? Du weißt genau, was ich meine. Immer on, on, on. Du bist nicht on. Ich bin on. Alex sagt das auch. Alex? Wer ist Alex? Alex ist on. Alex. Alex. Sieben Kinos für zu Hause und rufen Sie gleich an. 080 55 100 00. Premiere. Mit dem Lichterspiel-Aquarium von Fischerpreis können Babys in die weite Welt des Meeres eintauchen und sich auf süße Träume freuen. Schlaf schön. Das Lichterspiel-Aquarium. Neu von Fischerpreis. Das macht nur die. Die neue Wäsche von nur die. Nur die lässt sie gut aussehen. Ich komme in meinem Job einfach nicht weiter. Ich muss etwas tun. Nein, ich werde etwas tun. Vor ein paar Monaten habe ich selbst nicht dran geglaubt. Doch ich habe Karriere gemacht. Von zu Hause aus und das neben dem Beruf. Durch einen Fernlehrgang bei ILS. Geschafft. Ich habe per Fernunterricht mein Abi nachgeholt. Das können Sie auch. Fordern Sie jetzt kostenlos Ihr persönliches Studienhandbuch an. Unter 0800 457 4 mal die 1 oder im Internet. Hey. Hey, sag mal, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles nochmal genauso machen? Nicht ganz. Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Vielmann kaufen. Oh, ich freue mich schon so sehr. Oh, nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Mit Lufthansa. Für 98 Euro. Daunenjacken für Damen. 39 Euro. Jackenwoche. Jetzt bei C&A. Ich bin 35. In Dinojahren ist das ja eine Sekunde. Noch eine Sekunde und ich bin 70. Die Zeit vergeht ganz schön schnell. Nur Herr Kaiser empfiehlt Ihnen eine Altersvorsorge, die sehr gut, hervorragend, die beste und sehr sicher ist. Hamburg-Mannheimer. Glück ist planbar. Die neue All-Days Flexible ist die bequemste All-Days aller Zeiten. So bequem, dass sie ins Lip gar nicht mehr ausziehen wollen. All-Days. Die könnte Ihrem Slip so passen. Ein preisgekröntes Meisterwerk kehrt endlich zurück. Wunderbar. Grandiose Bilder und zauberhafte Charaktere. Als Special Edition mit noch nie gesehenen Extras und einer brandneuen Musikszene. Walt Disney ist die Schöne und das Biest. Ab Donnerstag auf Video und erstmals auf DVD und DVD Deluxe. Ich hab sie gesehen. Warte, Philipp, da müssen wir was machen. Ach, Spaß. Dann müssen wir eben mal wieder auf die Straße gehen. Obwohl, wir müssen das jetzt auch nicht überstürzen, oder? Zusammen macht's mehr Spaß zu Hause. Mit Küchen von Ikea. Wohnst du noch oder lebst du schon? Und das sehen Sie gleich um kurz vor eins hier bei Sam. Als Kind vergewaltigt. Eben fiel das Urteil gegen den Sexgangster vom Schulklo. Und diese Frau erzählt, wie ein Mädchenschänder ihr Leben zerstörte. Fesche Fashion. Aus seiner alten Jeans können Sie ganz leicht eine neue Tasche, einen Rock und sogar ein paar Schuhe zaubern. Also, bis gleich bei Sam. Gleich. Pro 7. Aiden, er mag mich, aber... Er will nicht mit mir schlafen. Ruhe, Mutter fixiert halt? Vielleicht ist dein Schwanz gebogen. Sogar Charlotte hat mehr Sex. Oh, verfluchte Hure! Wenn du eine Hure wärst, was wäre dann ich? Die neue Staffel Sex and the City. Ja, keine Ahnung, was für Schrottmänner reden. Nur, um mich ins Bett zu kriegen. Eine kleine Ahnung hab ich schon. Hast du hier versehentlich gesagt, dass du... nur ein Bein hast? Ich... Ich... Eine neue Folge von Coupling. Direkt nach Sex and the City. Morgen ab 21.15 Uhr. Pro 7. Back to life! Wow! Ist dies geil hier! Ring frei für die zweite Runde. Verheiratet sein ist toll. Für mich als Katholik zum ersten Mal poppen ohne schlechtes Gewissen. Yes! Das Comedy-Event. Hör, von wo spricht ich denn darüber überhaupt? Michael Mittermeier goes back to life. Oh, wünsch ich Spaß, musst du sein. Teil 2, heute. 21.15 Uhr. Pro 7. Back to life. Doppel-DVD und Video. Ab 7. Oktober im Handel. So viel Ahnung hatte ich gar nicht ver- Und nächste Woche geht die Reise in die Zukunft. In einer perfekten Welt. Sie werden mich finden. Um zu überleben. Keiner verlässt den Saar. Jude Law. Ethan Hawke. Juma Thalman. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Gattaca. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr. Pro 7. Hier ist Sam. Wir starten. Doppel-DVD.